Und damit willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich in der Schule relativ viel zu tun. Deswegen kommt jetzt heute mal ein etwas anderes Video. Ich wollte eigentlich nach Wien fahren und euch da mitnehmen zum Einkaufen und Bummeln oder so. Aber ja, da macht mir das Latein einen Strich durch die Rechnung. Und deswegen machen wir mal heute etwas anderes, wie schon erwähnt. Und zwar wir sägen etwas mit meiner Säge. Und was, das seht ihr jetzt gleich. Zuerst einmal suchen wir uns eine Vorlage aus. Ich nehme hier dieses hübsche Schwein. Und für die Vorlagen habe ich ein Buch. Ist zwar englisch, aber natürlich kein Problem. Und ist echt sehr zu empfehlen. Ich nehme jetzt die Sau. Die Nase ist ein bisschen abgeschnitten, aber das macht nichts. Und mit der geht es jetzt ab in den Keller. Und jetzt kleben wir noch die Rückseite mit einem Fotokleber an. Also, dass wir das dann aufs Holz kleben können. Jetzt werden noch kurz die Oberfläche abgeschliffen. Und dann wird das noch rausgeschliffen. Und jetzt kann es wirklich alles geschleppen. Also jetzt. Die Schweinbe Abdeln. Ich bin schon von der Siege bin. Wir sehen. Angehörige. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war jetzt mal ein etwas anderes Video und ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen und vielleicht konnte ich euch auch irgendwie so zu Handwerk motivieren oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018